Ja, Sarah Lacker, deutlich besser gelaufen. Jetzt natürlich, wie zufrieden sind Sie? Der Sechser steht einmal vorne beim Weitsprung. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinen Sprüngen. Ein bisschen schade ist es, dass der Erste und der Dritte ungültig waren. Die haben sich richtig gut angefühlt, aber der Wind war so unbeständig. Also es war richtig schwierig zum Springen heute. Wie war es bei Ihnen? Vom Wind auch nur von hinten oder hat es auch gewechselt? War das das Problem eigentlich, dass der Wechsel da war? Ja, genau. Beim dritten Versuch ist es dann genauso ein Böerkummen, genau wo ich gesprungen bin. Also ich habe 3,4 Rückenwind gehabt und ich fahre mir nur 0,4 und das ist schon sehr unbeständig gewesen. Okay, alles klar. Vielen Dank.